Leute, heute sprechen wir über heiße Neuigkeiten, die sich direkt auf Borussia Mönchengladbach auswirken könnten. Bild gab bekannt, dass der Verein im Januar Transferfenster nach Verstärkungen für die Defensive suchen könnte. Und ehrlich gesagt ist das etwas, was viele von uns bereits vorhergesagt haben. Die Verteidigung muss verbessert werden, und bei den rund 4 Millionen Euro, die zur Verfügung stehen, besteht die Hoffnung, dass wir jemanden holen können, der wirklich etwas bewegen kann. Ich erinnere mich daran, dass wir letzten Sommer versucht haben, Kevin Dix aus Kopenhagen zu holen, aber die Verhandlungen haben nicht rechtzeitig geklappt. Nun besteht die Möglichkeit eines neuen Angriffs. Was ich faszinierend finde, ist, dass Dix-Vertrag, der sich dem Ende nähert, finanziell möglicherweise besser erreichbar ist. Wäre das eine gute Sache? Ich bin ehrlich gesagt hin- und hergerissen. Einerseits brauchen wir einen Innenverteidiger, der unserem Kader Qualität verleihen kann, andererseits dürfen wir nicht voreilig sein und am Ende schlechte Ausgaben tätigen. Ein weiteres Thema, das auf dem Spiel steht, ist der mögliche Abgang von K.O. Itakura. Sollte ein unmoralisches Angebot für ihn vorliegen, könnte der Verein über einen Verkauf nachdenken. Aber ist es das, was wir wollen? Itakura hat Potenzial gezeigt und ein Abschied von ihm könnte einen Rückschlag bedeuten. Und natürlich ist die finanzielle Situation nach der Pandemie immer noch heikel, sodass sie bei diesen Entscheidungen sehr vorsichtig sein müssen. Diese strategischen Schritte werden sich auf unsere Chancen in der Bundesliga auswirken. Sind wir bereit für diesen Wandel? Ich hoffe, dass der Vorstand aufmerksam wird, denn wir brauchen Verstärkung, die wirklich versteht, was es bedeutet, dieses Hemd zu tragen und unsere Tradition zu ehren. Der Traum der Fans ist es, Gladbach unter den ganz Großen zu sehen, und jede Entscheidung, die in dieser Zeit getroffen wird, kann entscheidend sein. Und du, was denkst du? Denken Sie, wir sollten in einen neuen Verteidiger investieren oder auf das setzen, was wir haben. Ich möchte unten Ihre Meinung hören. Das ist ein Gespräch, das wir gemeinsam führen sollten. Vergessen Sie nicht, den Kanal zu leaken, zu teilen und zu abonnieren, damit Sie keine wichtigen Updates verpassen. Aktivieren Sie die Glocke, um alle Neuigkeiten zu erhalten. Lasst uns gemeinsam unsere Borussia unterstützen.